Let's go! Devolver Direct Applaus, Applaus, Applaus! Devolver Games Oh, ich hab mir das gar nicht gesehen Ich hab's genau nicht gesehen Devolver Digital hat ein little known designer, Jonathan Trotfield und tasked mit creating a character, der could rival the big names of the day You have to remember, we would try to compete with the heavy hitters Bonk, Gex, Awesome Possum Errol, 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 Errol Und das war keine kleine Aufgabe Ja, wir haben ein paar Jahre Ganz genau im Stil dieser Dokumentation Oh mein To be honest I don't really remember drawing Wie auch bei dieser Atari Collection ist Das ist so Es ist so Das ist so hässlich 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 Und das ist so hässlich Das ist voll was gewohnt. Legally edible snack? Mystery bites? Figure out what's in your mouth. Mouth press 2. Auf weia. Auf weia. Kill it. For gaming. In favor of solving you with more attitude. Guess what? I have an earache and I don't care. It's graffiti time. Look at the radicals. Yeah. We went too far. Volvi 2.0 performed poorly. And the character began a slow but steady decline. Poor Volvi. We made the decision to quietly discontinue the Volvi franchise. It felt like I was losing a family member. Well a distant family member but it was still quite horrible. Yeah because you killed him. Until now. Yes. Volvi. Oh my god. Volvi returns. The boot. Rebirth. And return. Of the world's greatest video game mascot. Volvi. Volvi. Old Volvi. Oh my goodness Ron. What a moment. You are looking fantastic. Please tell me bro. How do you feel right now. This momentous day. To see what you and the team of the Volvi have come up with. Oh no question. So what do you say. You wanna see him. Ladies and gentlemen without further ado. May I present to you. The new. And improved. Volvi. Hell yeah. Oh what. Oh boy. Oh my god. He is back. Incredible. He is not amused. But how does he work? I am glad you asked Chris. Well. We have taken the heart and soul of what made Ronathans character so loveable. But we have given him a very important new update. With the greatest advances in both biotech and machine learning. Volvi uses the DNA of a Vol. With today's most powerful AI technology. That's impressive. Yeah. Hashtag not my Volvi. Wie gut das auch gespielt ist. Mit AI. Ach so, ja. Das hat literally grade erst Bobby Krochig in seinem Co-Incentive gesagt. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. How exciting is that? They can use Volvi to play what they want, when they want. Here, let me show you. Oder so bauen sie jetzt ihre Spielankündigung da rein, ne? Ah. Das ist sehr gut. Das ist so gut. Das ist so creepy. Ja. 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 Also, ja. Überraschend wenn nicht. Oh. Oh. Listen. And I'll tell you a tale. Oh. 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 Damn. Who's up with the gun? Oh. Yeah. Oh. Oh. Wenn ihr meinen Zauberern mit Gettbeinkt gebt, dann bin ich da, 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 bin ich da. Aber ich weiß nicht, wie viel wir davon in der Vergangenheit schon gesehen haben, aus dem Kopf. Was ist das, du kannst Klink nach einem Leo spielen? Ja. Indeed. I admit it. Ah. Devolver, ja, ja, ist bestimmt Top-Down. Bestimmt ein Don't Starve-like. Ja, bei dieser Art von Perspektive muss ich auch immer ein Don't Starve nehmen. Ach so, da ist das mal gerade kurz vor. Ach, das ist aber wirklich sogar Collection und Survival. Ja, auch mal deutlich mehr Shooty als sowas, wie ich das darf. Da kommt es ja jetzt darauf an, wie die Mechaniken ineinander greifen und so. Wenn das für mich stimmt, die Abmischung und so, dann könnte das so sein. Also ein bisschen Building-Aspekte mag ich auch. Ein bisschen Building-Aspekte mag ich auch. Defeat Chaos? Oh mein Gott. Darin hab ich Erfahrung. Ich kenn da jemanden. We have a man for that. Gonna defeat Chaos. Ich muss es noch spielen. Aber es ist gerade echt nicht im BD, erst recht nicht mit Blick auf den Rest des Jahres. Strange of Paradise? Ja. Nee, das ist mal ein guter Lückenfüller, glaube ich. War das wirklich so? Ja. Ja, haben mehrere Leute geschrieben. Oh, mit einer Demo. Schön. Ich mag es, dass die Demos so ein bisschen zurückkommen. Ja, Demos haben wir wirklich viele in Zwischen. Dieses leichte elektronische Surren, wenn sie auf ihn schneiden. Die Creator sind auch öfter geworden. Ja. Ja. Don't touch him. Oh. Slut. Oh. Oh. Oh, nein. Das ist eine gute Frage, eigentlich. Das, äh, welch Prompt und Gameidea muss, durch die durch die vorwärts gewöhnt werden. Und so inevitably gibt es einige Waste-Biprodukte. Oh. 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 Das habe ich gar nicht gerechnet. Das war ein Zivolva-Spiel. Entschuldigung, Croteam gehört denen, wortwörtlich. Oh. 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 Okay, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das so schnell bekommen. Aber ist ja voll logisch. Wenn man darüber nachdenkt. Aber trotzdem. Aber die Locations, die im Trailer drin waren, sind so toll aus. Strictly functional. There's a sense of aesthetics. Of beauty here. Monumental. This place might be meant to test us. But perhaps there's more to it than that. Das ist doch der Whisp-Sound aus Warcraft 3 gewesen. Ja. Stimmt. Ist nicht das erste Mal, heute wirst du den Sound-Effekt wiedererkennen. Ja. Oh, wow. Das ist mein Bending. Mucke. Ich dachte, wie relevant diese Titus-Glücke wäre. Wie epic ist es. Der Future. Hä? Ist es nur ihre symbolische Wert? Weil die Sache über die Puzzle-Spiele... Boah, ich muss mal den ersten Teil nachholen. Wirklich? Mach das mal. Ich will ihn auch nochmal spielen. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Ja. Aber der war jetzt auch nicht super kompliziert. Also es ist auch gar nicht so... Es ist ein richtig gutes Puzzle-Spiel mit einer ziemlich philosophischen Lore. Aber ich hab halt schon oft gehört, dass es auch gute philosophische Spiele war. Ja. Also nicht einfach nur... Ich weiß nicht mehr, wieso ich das finde. Ich könnte nicht so lernen kann, aber ich weiß auch, dass ich so wirklich kann. Und... Was ist mit dem Big Hand? Aha. Und die beste Sache ist, dass, um ein Spiel mit Valve E zu kreieren, braucht man keine Spiel-Erfahrung oder... any of that type stuff. Aber der Big Hand war für Gäden. Wer hat hier versucht, seine eigene Gang zu kreieren? Ich habe. Right? Ist er? Das ist ein Scharl-Vibe. Ich hoffe, das sind die echten Entwickler der Spiele, die hier zu Kroms machen können. Hast du eine Game-Idee? Ja, komm mal hier! Nein. Okay. Ich glaube nicht, aber es wäre schön gewesen. Oh nein. Und... Oh nein. 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 selber hat eine super weihre passe zu einer höhere Maelung. Sie Moindenтак ze Eden, ganz Legal von seinem Körper. Vielleicht sind athletic primeira Ronen inchiggeist und... Und vielleicht ist hier sogar noch ein Mountain. ...Rallen. Hm. Sie ist so gut! Sie ist wirklich hervorragend. Don't touch me. Hat sie gerade noch Don't touch me gesagt? Im Moment auf Don't touch him halt... Auf camera. Nate! 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 Nate buddy, Familiexstück noch mal. Ist er tot? Nee, das ist deren Sohn, der von den Elfen hier oben dreht, nicht 35 oder so. Ich bin in. Ich bin in. Ich bin in. Ich bin in. Oh. Okay. What? Oh, das ist ja was ganz anderes. So viel Versprechen. Ape Out, nebenbei gesagt, eins meiner Liebsten sind Wolvie Spiele. Die Ape Out ist großartig, ja. Oh, mit Banded Fowdy. Oh. Dann ergibt das jetzt auch sehr viel Sinn. Aber das ist jetzt wirklich Manuel Samuel. Ja. Oder kopf. I guess. Ja, ja, ja. Das ist Death Stranding. Ja, okay. Die Szene kenn ich aus. Das stimmt. Oh, ich bin sehr gespannt, wie sich das steuert. Abartig wird sich steuert. Ja, genau. Aber wie macht man's genau? Weil man kann ja recht fix auch laufen. Ein Spiel für YouTube. Schieb, Moshi. Mach für YouTube. Du kannst auch in Getting Over It, Quop oder Manuel Samuel schnell vorangehen, wenn du gut bist, aber es dauert. Was? Kick. Nice. Oh, can you not? I... I... Just, I didn't. Yeah, let's go back in time to when you didn't. No, I... I was just trying to catch it. With my... Sorry, just using my... Yeah, you tried to catch it. I saw it was starting to go and I just tried to... You just kick... You thought I'll give it a good kick to counteract the fall. Yeah, I was just trying to steady it. I might be over... Yeah, you might have. I over... You might have over-steadied it. No, it's just a little over-steadied. Well, it's not steady now. No, well... See you later. It's a... Wanker. Legit besseres Voice-Acting als in neuesten anderen Spielen, die sich gegenseitig unterbrechen und echtes Gespräch führen. Wow. Ach, wie geil. Wie geil. Das ist, äh... Ja, äh... On Brand. Ich guck, PS4 war zu schwappen. Aber das war... Aber das war wirklich, äh... Also, viral... Viral Video aus... Ja, ja, ja. Garry's Mod. I love it. Okay, give her a big hand. Brilliant. So, what happens if we bring a pro into this? Let's give Valvi something really special here. Sein Creator muss ein Prompt machen. Achso. Er ist oben gewinnig. Okay. Er sieht gut aus. 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 Okay. Er sieht gut aus. Aber das ist, dassusedig f Apply ist. Das heißt Okay, Balbi, show them what you got. Vor langer Zeit, ja. Und die haben ja tausende Add-ons dafür gemacht und kostenlose Updates. Oh, echt? Ja, ja. Deswegen finde ich cool, dass man einen Sequel bekommt. Weil das ist einfach ein wirklich super lustiges Spiel. Human-Fault-Lad 2. Ich weiß, ich würde gerne meine Hand auf eine Kopie davon bekommen. Wer würde das nicht, oder? Ja, komm mal. Well, Damen und Herren. Jetzt, dass ihr alle den neuen und verbesserten Valve E kennengelernt habt, ist es Zeit, ihn mit euch zu treffen. Als wir ihn mit Devolvers' globalen Netzwerk von Gamern verbinden. Ja, das ist gut. Komm mal! Was ist er am Ende? Wenn sie sich für Kaihin so aus dem Ross springen, dass sich der Raum damit füllen soll. Weghetzt und jetzt Parasite Eve. Ja, oder er macht jetzt irgendwie... Also, wenn sie jetzt richtig gut sind, machen sie jetzt einen Witz, wo es wirklich so ultra rassistisch wird. Weil das jetzt mit den Gamern connected wird. Oh, shit. Das ist jetzt für mich gut. Oh, das passt ja. Hervorragend. Die Hand! 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 Oh, shit! Das sind Geräusche. Er generiert ein neues Spiel. Ah. Spieltwan ist doch sein erstes Spiel. Ach so, ja. Wo er herkommt. Oh mein Gott. Ich save ihn. Er möchte ihn nur retten. Diese komprimierten Voice-Fights. Oh Gott. Shoot him, oder was? Nein, ihn darf... Oh Gott, oh no. Was ist das? Ja, ich sag's doch. Oh, Euthanasie. Ja, ich sag's doch. Das ist ein bisschen heftig. Halt, was auf. Liesel. Ist das euer Ernst? So fucking gut. Alter, 50% aufräumlich. Das ist ein bisschen viel. Nee, ist gut. Das ist ein bisschen viel. Oh mein Gott, das war's. Oh mein Gott, das war's. Das war's. Boah, wie needs a different kind of hell. Die Kamera geht nach rechts. Ja, weil für mich war immer die Überraschung so ein ganz zentraler Teil davon, wenn die Überraschung ein bisschen flöten geht. Ja, auf jeden Fall. Äh, und das war hervorragend. Äh, Alter. Äh. Äh, ich find eigenartig, dass Human Fall Flat wirklich jetzt nur diese ... Okay, es kommt halt ein zweiter Teil und man sieht aber eigentlich noch nix. Äh, der Persona-Trailer ist wohl geleakt, aber den sparen wir uns wahrscheinlich für Sonntag auf. Oder willst du den jetzt noch gucken? Der ist geleakt? Ja. Der kommt ja auf ... Von der Xbox ... Von der Xbox. Nee, den würd ich mir erst auf der Xbox-Showcase anschauen. Ja. Also ich schau mir den dann bis dahin auch noch nicht an. Ja. Ich find aber krass, wie viel einfach leakt. Also in letzter Zeit hab ich das Gefühl, noch mal mehr Ankündigungen ... Hab ich gar nicht, weil ich jetzt das erste, oder? Vielleicht liegt das auch noch daran, dass das Nvidia-Ding so nachwirkt, weil ich da das Gefühl hatte, okay, wir wussten jetzt so viel von dem, was so in den letzten Jahren schon passiert ist vorher. Ja, das stimmt. Äh, weißt du? Ja. Äh, Leute, das hat Spaß gemacht, das mit euch zusammen zu schauen. Das war tatsächlich ... Diese große Show am Anfang war noch mit das Schwächste, hatte ich das Gefühl. Weil ich fand, die Day of the Deaths hatten ein paar sehr coole Spiele dabei. Allen voran natürlich hier Half-Hat-Henry. Mhm. Äh, und das Devolver-Ding war hervorragend gerade. Das war richtig unterhaltsam. Das war richtig gut, ja. Richtig gut produziert. Richtig gut produziert. Richtig gut produziert. Also, ich bin ein Happy Boy. Ich kann 2024 und 2023 Shadow of the Damned und Dolly Pop James 2 in neuen Varianten spielen. Das eine hat's Remaster, das andere hat's Remake. Also, ich bin ein Feasting. Es ist sehr wild. Killer7 HD 1. Es ist doch nur eine Frage der Zeit eigentlich. Eigentlich müsste es selbstverständlich sein. Es wäre schön, wenn's nur eine Frage der Zeit wäre. Äh, das soll's für heute gewesen sein. Wir sind am Sonntag wieder da und schauen mit euch das Xbox-Showcase und holen dann auch noch ein paar Sachen hier links und rechts nach. Die genaue Uhrzeit erfahrt ihr dann in unseren Community-Tabs. Es wird wahrscheinlich auch noch mal einen Teaser geben, muss ich mal gucken. Äh, was ... Sorry, Tristan hat gerade, äh, erstmal hallo, guten Abend, hat gerade, äh, mit dem war ich auf der Amaze unterwegs, hat halt im Chat geschrieben, dass auf der Amaze Half at Henry bereits war. Und da hab ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Weiß ich gar nicht, wo das da war. Ich dachte, das wurde jetzt hier angekündigt. Dachte ich ehrlich gesagt auch. Krass. Die meisten Leute haben übrigens auch geschrieben, dass, äh, tatsächlich der Volvi-March verfügbar ist, äh, 50 Euro für den Chart. Und, äh, es gibt Volvi-Poks, das find ich sehr, sehr gut. Gibt's einen Volvi-Stein? Kennt ihr noch Volvi? Er ist zurück in Pock-Form. Volvi-Stein. Würde ich mir kaufen. Dann hat er einen steigen, einen roten Fleck an einer Ecke, oder? Ja. Ähm, besucht Leo. Danke für den Linkshut. Besucht Leo auf twitch.tv slash thegermanguy und unterstützt ihn auf patreon.com slash thegermanguy. Würde uns auch sehr freuen. Dankeschön. Ansonsten könnt ihr uns auf Patreon und Steady ebenfalls unterstützen. Und, äh, auch noch mal lieben Dank für all die Abos, die es heute gab. Das waren wirklich eine Menge. Schön, dass ihr dabei wart und das mit uns angeschaut habt. Das ist zumindest ein bisschen das alte E3-Feeling, äh, das wir heute hatten. Und am Sonntag geht's optimalerweise direkt weiter. Genau. Mit Holdsum Game Direct, so 17, 18 Uhr hatten wir gesagt. Ja, so in dem Dreh. Wie gesagt, ich, die genaue Uhrzeit sag ich dann auch. Kommt dann noch. Und dann aber, wir sind auf jeden Fall, was ihr euch ganz fest anmalen könnt, wenn die Xbox Showcase um 19 Uhr startet. Wenn es um 19 Uhr losgeht, sind wir damit auch auf jeden Fall mit dabei. Und danach gucken wir die Starfield Direct auch noch. Vergesst auch nicht, Capcom Showcase, es gibt angekündigt neues Material von Dragon Stop Mar 2. Genau. Capcom Showcase ist, wie gesagt, am Montag 23.29 Uhr, also, äh, 59, also quasi 0 Uhr. Ähm, und am Montag um ... Ich will mir jetzt keine falsche Uhrzeit nennen, aber abends ist auch noch das Ubisoft Forward. Und nun habe ich davon erfahren, dass am 14. Juni eine Grasshopper Direct ist. Ja, wir müssen noch mal, wir müssen noch mal selber gucken, wie wir ... Also, das ist eine neue Erfahrung, dass während der E3-Streams neue Streams für spätestens in der Woche angekündigt werden. Bei Nintendo ist ja auch das Ding, ne? Sie haben ja keinen Stream jetzt gerade, aber Jeff Grubb meint vielleicht was im Juli. Ja. Also, vielleicht kommt dann da auch noch was einfach nur mit dieser Verzögerung. Es ist halt alles jetzt ein bisschen verstreuter. Ja, ansonsten, äh, ein paar Demos sind rausgekommen, die, äh, man sich jetzt die nächsten Tage auch mal angucken könnte. Da kann man vielleicht was zu sagen. Live of P natürlich ganz vorne mit dabei. Genau. Äh, und ja, das wäre natürlich auch noch ... Und wir machen eben Podcast am Dienstag. Ja. Nicht am Montag. Ja. Wir machen Hooked FM am Dienstag. Also, ich hab Sonntag keinen Stream, weil ... Diablo. Ich, weil ich bei einer Diablo-Lahne ... Eigentlich so eine Organisation. Es sei denn, es ist die Serverdauer, dann kannst du von der Lahn aus streamen. Das wäre sehr traurig, aber ja, auch das ist eine Option, ja. Gut, ich denke, für uns soll es das heute erst mal gewesen sein. Vielen Dank noch mal an euch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß hiermit. Und wir sehen uns dann spätestens am Sonntag, würde ich sagen. Tschüssi. Bis dahin. Viel Spaß bei Diablo 4. Oder es führt weiter. Ach so, du meinst nicht. Nein. Aber bei Leo gilt das auch, deswegen passt. Tschüssi. Bye. Tschüssi.